Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Siebert.aero. Wir schauen uns heute die frisch erschienenen ICAO Luftfahrtkarten 2017 an. Damit zusammen ist auch der Flieger-Taschen-Kalender erschienen. Einen Link zu einem Video darüber findet ihr hier unter diesem Video. Die Karten kommen in zwei Varianten raus. Als Segelflieger-Karte und als Motorflieger-Karte sind jetzt seit dem 30. März 2017 gültig für den Luftraum und die Sichtflugnavigation unter Flugfläche 100. Ja, das Ganze ist hier zusammengefaltet. Wir schauen mal auf die Rückseite. Dort sehen wir einen Überblick, wie der deutsche Luftraum hier aufgeteilt ist. Also es gibt acht einzelne Blätter, die dann sich immer etwas überlappen und zusammen quasi ganz Deutschland abdecken. Und dann finden wir hier noch weitere Informationen, zum Beispiel zur Luftraumstruktur. Ja, hier einmal das ICAO Blatt Hannover nebeneinander gelegt. Links die Motorflugversion, rechts die Segelflugversion. Da gibt es nämlich einige Unterschiede. Was als erstes ins Auge springt, sind hier nicht etwa mit Textmarker angemalte Gebiete, sondern hier gelb gedruckt sind die Segelfluggebiete, die auch so veröffentlicht sind. Die finden wir in der Motorflugkarte so nicht. Darüber hinaus ist auf der Segelflugkarte in gelb nochmal angemarkert, auf welchen Flugplätzen hier Segelflug stattfindet. Im direkten Vergleich hier nochmal eine Nahaufnahme von Münster aus einer Brück. Da sehen wir, dass die Höhenangaben hier in Metern auf der Segelflugkarte gemacht wurden, anstatt von Fuß. Ja, ganz neu sind hier die Transponder Mandatory Zones, wo jetzt ein Squawk und eine Frequenz mit angegeben ist. Das ist eine dringende Empfehlung der Flugsicherung, da mit reinzuhören und den Squawk zu schalten, damit man für den Fluglotsen quasi erreichbar ist. Also einfach mit dem zweiten Funkgerät Hörbereitschaft herstellen oder aber die FIS-Frequenz kurz verlassen, um auf dieser Radarfrequenz mitzuhören. So kann einen der Fluglotser ansprechen, wenn der IFA-Verkehr zu diesen Flugplätzen, der ja nicht in Luftraum Charlie hier geschützt ist, von den VFA-Fliegern als Verkehrsinformation weitergegeben werden kann. Preislich liegt das Einzelblatt bei 10,80 Euro oder mit Folienüberzug 13,80 Euro. Das ist sehr praktisch, um mit einem wasserlöslichen Stift zum Beispiel Kurse und Linien einzeichnen und wieder wegwischen zu können. Vor allem für Vereine gibt es Mengenrabatte ab 20 Karten 10% und ab 50 Karten 20% Rabatt. Und trotz aller elektronischen Helfer gehört doch diese Papierkarte zumindest als Backup immer mit an Bord. Untertitelung des ZDF für funk, 2017